Willkommen Abenteurer, zur verlassenen Haustur Teil 2. Nach dem Haus der Puppen, mache ich mich weiter auf den Weg, zum nächsten Haus. Mal sehen, was uns erwarten wird. Bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß. Jo Freunde, wir sind angekommen beim zweiten Haus. Das ist immer noch arschwarm. Ich habe hier ein Fenster zum Reingehen entdeckt. Und somit auf jeden Fall drin. Up healthy. Wo hin? Auf geht's. Auf geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020